Ich bewundere dich. Du weißt immer genau, wann man aufhören muss. Hallo und herzlich willkommen zu Annelies Loxus Lounge TV. Wir sind hier auf der Wiesn und hier gibt es natürlich auch ein richtig zünftiges bayerisches Gasthaus und zwar der Glöckle Wirt. Hier kann man bayerisch beisen und der richtige Wiesnstimmung gibt es natürlich auch und das zeige ich euch jetzt natürlich. Auf geht's, jetzt schauen wir uns den Glöckle Wirt an. Hallo liebe Wiesnfreunde, ich stehe hier mit der Wirtin vom Glöckle Wirt, Steffi. Steffi, wo stehen wir hier? Wir stehen hier am Balkon bei uns, wo normal die Musik spielt. Und erzähl mir doch mal ein bisschen was mit eurer tolle Einrichtung, wo kam das denn alles her? Mein Vater ist so ein Antiquitäten-Liebhaber. Und das ganze auf bayerisch? Genau, genau. Antiquitäten auf bayerisch. Im Glöckle Wirt. Und was für Leute kommen hier her? Wir haben ganz gemischtes Publikum, von jung bis alt, abends relativ viele Firmen, aber auch sehr viele Stammgäste. Und was isst man denn eigentlich auf der Wiese? Ja, bei uns wird, denke ich, hauptsächlich Schweinshaxe, Schweinebraten, Kalbshaxe, Gulasch. Würstchen. Würstchen auch, ja, auch. Solche Sachen isst man auf der Wiese? Ja. Habt ihr auch süße Sachen? Haben wir auch, wir haben einen sehr guten Kaiserschmarrn. Ja.